Glauben Sie, dass die Variante Ihres Vaters erblich ist? Keine Ahnung. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, Sie haben verdammt nochmal Angst, Alzheimer zu bekommen und deshalb nehmen Sie das Nilotinib. Tinnitus, Ihr vermindertes Hörvermögen. Alles Auswirkungen des Tumors. Ich habe dein CT-Bild gesehen. Hey, wir wollen einfach nur für dich da sein. Was meint ihr, warum ich hier bin und nicht auf meinem Zimmer? Ich will einfach allein sein. Ich hatte Angst und wenn man Angst hat, dann macht man manchmal dumme Sachen.